Wollen wir es gleich ansprechen, dann ist es aus dem Raum. Warum? Ja. Stenger hat versucht, hier einen Keil zwischen uns zu treiben. Wir sprechen es ganz offen an direkt. Oder uns so eine Paranoia anzutrainieren. Eins von beiden wird es sein. Es ist entweder dieser alte Trick. Ich glaube, darauf willst du auch hinaus. Aber wir sitzen uns hier gegenüber, der Marek und ich, wie jede Woche natürlich. Aber irgendwie fühlt es sich anders an. Irgendwas ist anders. Das sind Kleinigkeiten. Die Palme ist auch kleiner. Nee, die Palme ist nicht kleiner. Ich spieße die einfach nur nicht und deswegen geht die langsam ein. Nein, ich denke, ich glaube, oh, guck mal, der Freddie Mercury, der ist winzig klein. Der war doch früher so lebensgroß. Ich habe zwei davon. Okay. Das kann ja jeder sagen. Okay, okay. Einmal klein, einmal in groß. Also irgendwas, Thema Paranoia, ne? Mhm. Weil eigentlich wollte ich so anfangen. Siehst du diese Weste? Ist die Weste real? Du hast ein lilanes T-Shirt an, aber... Nee, ja, ich sehe die Weste. Nee, ja, ich sehe die Weste. Ja, ich sehe die Weste. Ich sehe die Weste. Okay. Warum? Das Universum spielt mir einen Streich. Ich weiß nicht mehr, was echt ist, was nicht echt ist. Mhm. Ich bin im Besitz dieser Weste gekommen, ne? Ja. Es lief wie folgt. Ich habe mir auf Vinted drei Jacken bestellt. Mhm. Bestellen lassen. Ich habe da selbst keinen Account, weil ich sonst so viel Geld ausgeben würde. Jada, jada, jada. Mhm. Jetzt kam das Paket bei mir an und diese Weste war drin, die ich nicht bestellt habe. Mhm. In meinem Kopf war ich aber so, ah, mein Freund, der sie für mich bestellt hat, hat mir doch geschrieben, so eine Weste suche ich schon immer. Mhm. Der wird sie sich wahrscheinlich mitbestellt haben. Mhm. Dann schicke ich dem so ein Foto von dieser Weste und sag so, hier, dein Lumpen ist auch da. Ja. Und dann meinte er, habe ich noch nie gesehen, was will ich mit dem Dicken? Ich sage, Moment, das kann nicht sein. Du hast mir doch den Link geschickt und ich sagte, guck mal da drauf, so eine Weste suche ich doch schon ewig. Mhm. Und das hat er aber nicht. Und das aber, die Weste ist ja real. Mhm. Und ich weiß auch, dass ich die wie vorher gesehen habe. Mhm. Weil ich glaube, der hat mir den Link geschickt und hat gesagt, na, die suche ich doch schon ewig. Mhm. Mhm. Und also entweder, ne, ist es das größte Gaslighting-Projekt, ne? Ja. Indem ich da gerade mit drin sitze. Oder es ist so Derealisation. Mhm. Oder ich habe das geträumt und denke, dass es war. Mhm. Und es macht mich kirre. Mhm. Ja, ich, boah, das ist, das, oh, das ist ein neuer Fall für Grosstermpliss. Das sage ich dir jetzt schon mal. Da können wir, das können wir nicht so einfach übergehen. Da müssen wir länger drüber nachdenken. Hattest du sowas auch schon? Eine Sache, wo du dir sicher warst? This is real? Also, ich hatte ja mal die, das Swiffer-Gate, ich kann es gerne nochmal kurz erklären. Bitte. Es war folgendermaßen, ich habe darüber nachgedacht, mir einen Swiffer zu kaufen und dann dachte ich so darüber nach, mir einen Swiffer zu kaufen und am nächsten Tag klingelt die Post und es lag ein Swiffer auf einmal in meiner Hand und ich war so, das kann ja wohl nicht möglich sein. Und dann habe ich gelesen, Max Lessmann hat mir einen Swiffer geschenkt. Tatsache war es aber so, dass ich mit Max Lessmann in einer Telefonate über Swiffer sprach und er hatte mir vorher was zum Geburtstag zuschicken lassen von Amazon und dann außerdem vergessen, die Adresse zu ändern und so kam auch noch das, was er sich, weil ich habe ihn geinfluenzt bezüglich Swiffer. Und er hat sich einen Swiffer gekauft, der kam bei dir an. Der kam dann aber bei mir an und seitdem bin ich im stolzen Besitz von mehreren Swiffen. Eine kleine Swiff-Situation bei mir. Okay, das hat nämlich auch kirre gemacht, dass ich das aufgelöst habe. Das Ding ist jetzt, warum hat mir denn der Verkäufer die Weste eingepackt? Es macht doch keinen Sinn, mir ein viertes Produkt beizulegen, von dem ich geträumt habe, dass jemand anders das gern besitzen würde. Also ist es für dich schon klar, dass es ein Traum war, dass diese andere Person, ich denke... Ne, also das ist für mich nicht klar, weil die Weste ist im Raum, sie kann mich nicht verletzen, aber die ist ja echt und die wurde mir ja mitgeschickt und... Oh Gott, mir tut es so weh beim Lachen, weil ich habe so Husten die ganze Zeit und Muskelkater vom Husten, aber erzählst du mal weiter. Wollen wir lieber eine seichte Folge machen. Hör auf! Bitte nicht, aua, aua, bitte sag nicht Witziges. Aua, das sind wirklich weh. Ja, aber jetzt mal anders findest du, die kleidet mich. Also als du deinen Oberteil ausgezogen hast, was du vorher drüber hattest, du hattest vorhin so einen Zylinder an. Ja. Und den hast du auch... Mit meinem Monokel und sowas, zu doll, ne? Ja, das war zu doll. Und auch mit dem Wanderstab und so. Ja, aber das mit der Weste, das finde ich toll. Das gibt dir auch endlich den biovarischen Touch, der dir schon lange fehlt in diesem Podcast. Touch Machal, oder was? Ja. Das kleidet es bayerisch. Ich denke eher, dass ich so ein Zimmermann bin. Ich würde sagen, du bist ein bayerischer Zimmermann. Hast du ja irgendwie die Bayern. Was? Hast du ja irgendwie die Bayern. Ja. Kann man nichts machen. Früher oder später erwischt es jeden. Nee, aber ich finde, das kleidet dich ganz toll. Danke. Sieht super aus. Ich glaube ja, dass die Person, über die wir da reden die ganze Zeit, ne? Die will mich ficken, oder? Ja. Ich glaube, das ist nämlich so ein Mindfreak. Und mit dem musst du aufpassen. Weißt du? Der hat doch eh auch so geheime Projekte. Ich schätze mal, der ist es. Ich glaube dem auch noch nicht so ganz. Aber das Ding ist, ich habe auch den ganzen Chat durchsucht, ne? Auf allen Plattformen, wo ich mit dem so chatte, um zu sehen, wo habe ich denn diesen Link von der Weste geschickt bekommen? Wer schrieb mir denn da? Weil ich weiß den genauen Wortlaut. Ich weiß, dass jemand gesagt hat, suche ich ja schon ewig. Suchen schon und ewig. kam zu einer Myriadenprozent in dieser Nachricht vor, die mir niemand jedenfalls geschickt hat. Denn über die Suchfunktion gibt es die nicht. Ja, es ist... Wird die Person, kann man das rauslöschen und sieht mir dann nicht mehr, dass eine Nachricht gelöscht wurde? Man kriegt doch eine Benachrichtigung, wenn eine Nachricht gelöscht wird, oder? Chattet ihr auf Snapchat? Ne, wir chatten auf WhatsApp und Insta. Ich glaube, ne, dann hat er es nicht gelöscht. Das freaktet mein Mind. Du wirst in Portugal gesehen haben, ich war teilweise so auf wackeligen Beinen unterwegs, weil ich nicht wusste, ist das die Realität? Ja, wir haben uns alle drüber unterhalten, als du nicht im Raum warst. Also auch, das ist für uns jetzt ehrlicherweise, Gott sei Dank, dass du damit rausrückst, weil, war dir kurz vor so Interventionen. Was ist mit Marek los? Das war die große Frage, die im Raum stand die ganze Zeit. WESTER! Ja, Mann, 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 ey. Du solltest es als ein Geschenk des Universums, vielleicht ist es ja auch einfach zu dir gekommen. Warte mal, ich habe ja noch nicht in die Taschen gelangt. Wie die Lampe, zu aller dir. Ich habe ja noch nicht in die Taschen gelangt. Sind leer. Sind leer. Aber warte, ich kann durch die Taschen, durch die ganze Weste lang. Ja. Vielleicht irgendwie noch ein Girokonto oder sowas drin. Jeansspartag. Oder es ist ein Airtag drin. Jemand will einfach immer wissen, wo du bist. Oder ein Mader. Nee, gar nichts drin. Oh, da ist doch ein Mader drin. Aber eigentlich ganz angenehm. Lass uns doch mal über Portugal sprechen, wie schön es da war. Sehr gerne, da können wir sehr gerne drüber sprechen. Wir sind, ihr habt es ja am Anfang gehört, wir haben euch ein bisschen versucht mitzunehmen, haben dann aber gemerkt, dass wir doch lieber Urlaub machen wollen. Und haben dann wieder damit aufgehört. Erstmal, die Flüge waren beide völlig in Ordnung. Was schon mal gut ist. Ja, ach, da wollte ich hierbei einhaken. Wir hatten es ja bei unserer letzten Reise schon. Was ist der perfekte Zug? Jetzt wollte ich fragen, wie sieht für euch der perfekte Flug aus? Ah, sehr gut. Hat ja andere Möglichkeiten als den Zug. Wir können jetzt keine Waggons anhängen, um extra Platz zu schaffen. Und meine Anschlussfrage, die stelle ich danach. Wir sprechen erstmal über das Flugzeug. Ich finde, es sollte sowas geben wie ein Lämpchen, mit dem man signalisiert, ich möchte mich gerne unterhalten oder ich wäre offen für eine Unterhaltung. Und ein Lämpchen, auf dem steht, halt dein Maul. Ja, perfekt. Ne? Das ist, glaube ich, schon mal ganz gut. Ansonsten, ganz kurz, ich fand es auch übrigens krass, dass wir wieder ohne Maske geflogen sind, dass das jetzt einfach vorbei ist. Ja, der Stänger hat nur diese Querdenker-Gebühr zahlen müssen, das waren irgendwie 50 Euro, dann konntest du ohne Maske bei der Lufthansa fliegen. Das war super. Ja, es waren 70 Euro, weil wir hatten ja auch Notausgangsplätze noch dazu. Also es war noch ein bisschen teurer natürlich auch. Aber es hat sich total gelohnt, ey. Genau, und ja, ansonsten, also man muss vielleicht erst mal erzählen, was gibt es Economy in der Lufthansa? Ne, lass uns mal von, also durch diese anderen Ligen, in denen man noch fliegen könnte, wie erste Klasse Schlafmichtort, lass uns mal hier richtig, wie heißt das, Holzbank? Ja. Holzklasse. Holzklasse. Ja. Wie können wir das optimieren? Genau, aber vielleicht sollten wir erst mal den Leuten, die nie fliegen, erklären, was es dort gibt. Okay. Weißt du, also es gibt dort... Ich habe auch nicht so richtig die Kennung, also Business Class war für mich einfach nur mehr Service, aber es gab so ein Knäcke. Ja, mehr Service. Und man sitzt vorne. Und man sitzt vorne, mehr ist es nicht. Und man bekommt eine warme Mahlzeit, wie ich durch die Vorhänge gelugt habe. Ja, ich glaube, das meinte er mit mehr Service, aber die, aber bei uns gab es ja wirklich nur ein Wasser, ein stilles, kleines Wasser, ein Stück Schokolade und das war's. Ja. Und zwischendrin kamen die einmal und haben gesagt, wollt ihr noch was haben? Ja. Und dann konnte man sich noch was bestellen. Ja. Das war, auf dem Hinflug hatten wir, hatte ich einen Kaffee. Ja. Einen halben Kaffee. Wo man zu sagen muss, dass ich den leider über meine Hose verschüttet habe. Ja. Also da muss man wirklich mal reingehen. Wenn man Christian bloß so ein paar Tage beobachtet und dann muss man schon sagen, du hast manchmal ein Problem mit der Physik und der Schwerkraft. Ja. Denn dir fallen ja andauernd Sachen runter. Ja. Mhm. Mhm. Kannst du das vielleicht mal ein bisschen für mich auch mal erzählen, wie das so ist, mich zu beobachten? Weil ich muss ja immer damit leben, ich selbst zu sein. Mhm. 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 Also auf dem Hinflug war es nur eine Sache, die ich im Gedächtnis habe, eben der Kaffee. Mhm. Da muss man sagen, das hatte schon Schwierigkeitsgrad Mittel, denn das war so ein Pappbecher und da kam so ein Deckel drauf. Ja. Und den Deckel, den haben die nicht festgemacht, das musste man selber machen. Fand ich schwierig, auf diesem wackeligen Tisch. Habe ich dir aber auch sofort davor schon gesagt? Ich fand das auch schwierig. Okay. Aber mir ist er ja nicht runtergefallen. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, dir ist ja auch nicht, ist der geöffnete Kaffee dir runtergefallen? Der geschlossene. Der geschlossene. Dann ist das kein Argument, dass du sagst, der Deckel war schwierig draufzumachen, wenn dir der geschlossene dann runtergefallen ist. Das muss man leider nochmal neu betrachten. Nee, nee, ich fand aber generell diese ganze Kaffeesituation war schon für Feinmotoriker aus. Also ich muss dir recht geben, man müsste nochmal anders denken und zwar, dass man in der Bestellung ein Consulting erfährt, dass man ab einem gewissen Artikel einen Hinweis bekommt, da wird wenig Platz auf deinem Tischchen sein. Das war nämlich das große Problem. Stimmt, hast recht. Denn wir hatten einen Kaffee, wir hatten glaube ich auch schon den Tomatensaft dazu. Richtig. Und wir hatten noch einen Kuchen. Ja, wir hatten noch einen Käsekuchen. Und all diese drei Sachen auszupacken und irgendwie zu bearbeiten auf diesem wackeligen Tischchen, da muss man schon irgendwie ein bisschen in Vorarbeit, Nacharbeit gehen, das mal durchdenken. Und das ist eigentlich keine schöne Reiseerfahrung. Herr Bloß, sind Sie sich sicher, dass Sie den Kuchen noch brauchen? So einen Satz hättest du gebraucht. Ja, genau. Aber nicht so, Ihnen schmeckt es ja eh schon, sondern so, Sie werden mit dem Tisch nicht gewahr werden. Ja, genau. Und ich habe dann auch ständig die Sachen verloren. Ich habe dann zum Beispiel mir deine Gabel geliehen, weil ich meine verlegt hatte. Ja. Die war hinter deinem iPad in der Kopfstütze vom Vordermann. Ja, richtig. Und da hast du natürlich deine Mühe und Not auf diesem kleinen Tisch. Dann kommen die ja auch ewig nicht und räumen mal ein bisschen was ab. Das ist schon echt tricky, ne? Da geht es am Ende. Deswegen, also für den perfekten Fluch, größere Tische. Lasst euch da mal was einfallen. Genau. Und weniger wackelige Tische. Ja. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Ja. Und ich würde mal auf dieses Ganze, guck mal, wie praktisch lässt sich alles zusammenfalten, bla bla bla, ausziehen. Dann nehmen wir mal 20 Leute weniger mit. Mhm. Und dann machen wir bei jedem Firma einen guten Tisch dahin. Ey, sehe ich ganz genau so wie du. Und dann machen die immer auf Kohle verdienen, ne? Ja. Wie in so eine Fischdose. Dann gab es im Flugzeug zu essen nur so gesunde Sachen viel, aber die gesunden Sachen waren nicht so richtig gesund. Ja. Und ich hatte immer das Gefühl, es hat nicht gesund geschmeckt, weil alles so super kalt war. Ja. Ja. Ich brauche kein kühles Brot. Ja, das stimmt, ja. Das ist super, super krass gekühlt. Ein warmes Brötchen, würdest du dich drüber freuen? Ja. Ein bisschen Butter und ein bisschen Käse. Ey, selbst so, wo ich sag so, es würde sich für mich normale anfühlen, wäre es Zimmertemperatur. Da würden die sich doch freuen, weil das sind auch Kühlkosten, die man sparen kann. Stimmt, ja. Voll. Solche Sachen haben uns gestört im Flieger und die hätten wir gerne. Und das sind ja jetzt noch keine absurden Wünsche. Also wir haben jetzt noch nicht gesagt, wir wollen irgendwie ein Tischtennisblatt oder sonst irgendwas. Das sind dann noch einfache Sachen. Stänger, fällt dir noch was ein, wo du sagst, das ist was, da müsste man sofort optimieren. Ich will nur kurz eingeben, im Rückflug ist dir alles runtergefallen. Bitte? Im Rückflug ist dir alles runtergefallen. Da ist mir alles einmal runtergefallen, ja. Habt ihr wiegt in drei Stunden, so oft habe ich dich noch nie bücken sollen. Sogar mein Airpod, und das kann ich wirklich nicht empfehlen, weil der cooler, Nämlich so langsam hinter die, unter die hintere Sitzablage und dann, ja. Aber ich komme gleich nochmal zum Thema Dummsteuer. Jetzt, Stänger. Also alles, was ich mir wünschte, das gibt es schon und zwar in der First Class. Also die Situation schon mal mit den, dass man gerne größere Tische hätte und auch mehr Platz und weniger Sitze, geht ja eigentlich schon in der Business Class los, beziehungsweise in der First Class. Also da hast du ja irgendwie, du kannst dich ja da lang machen, kannst dich ja richtig hinlegen und pennen. Aber wir wollen ja nicht mehr zahlen, das war ja der. Ja, aber wir können nicht mehr zahlen. Ja, nee, also ich finde zum Beispiel grundsätzlich überall mehr Beinfreiheit wäre geil. Ich buche uns ja, soweit es geht, immer Notausgangplätze. Das machst du so toll, by the way. Notausgangplätze ist die Business Class des kleinen Mannes. Wir wurden ja auch ausgerufen am Anfang. Ja, stimmt. Also wir wurden ausgerufen und ich habe mir so gedacht, oh scheiße, weil ich habe ja die Flüge für alle gebucht. Da hatte ich mir noch gedacht, fuck, irgendwas ist jetzt doch falsch schiefgelaufen irgendwie. Und dann war es dann quasi nur, wir sind ja alles zusammengereist in einer Reihe, ob wir psychisch und physisch imstande sind, bei einer Notausstiegprozedur diesen Luke zu öffnen. Und wir haben dann alle so gesagt, ja klar kriegen wir das hin. Ich habe mir nur so gedacht, wir sind so gut wie alle tot. Ja, ja, das habe ich mir auch gedacht. Fucking dead. Das habe ich mir auch gedacht. Ich glaube, ich würde in so einer absoluten Chaos, wobei da bewahre ich dann meistens den kühleren Kopf. Da ist dir dann auch egal, ob mal ein bisschen was runterfällt. Das muss man auch mal sagen. Ja, also dich habe ich, da habe ich mich sicher gefühlt, wenn du an der Tür warst, weil du bist so schnell. Du bist ja viel schlagfälliger als ich. Ich hätte ja nochmal nachschauen müssen, warte mal, erst Hebel runter, wie muss ich so rausdrehen. Mir wäre verloren gewesen, hätte ich das machen müssen. Schön, dass du das noch aufzählst, dass ich auch positive Aspekte habe. Natürlich. Es gibt eine Sache, die mich mega stört und zwar ist es beim, der Einstieg ist ja meistens so geregelt, dass es heißt, okay, jetzt kommt irgendwie erst First Business und dann kommt irgendwie, keine Ahnung, die Reihe 1 bis 20 und 21 bis, keine Ahnung, 45. Ich würde mir das bei einer Ausstiegsprozedur wünschen, weil ich fühle mich nirgendwo so unter Druck gesetzt, als wenn man aus dem Flugzeug, also wenn man von dem Flugzeug aussteigt. Ich hätte voll gerne die Notrutsche für den Ausstieg. Ja, stimmt. Da kann man das auch mal üben. Ja, dass man einmal über den Flügel läuft und dann so, hui. Das wäre das Geilste. Grundsätzlich, ey, das ist es doch. Zu sagen, okay Leute, es geht nicht durch zwei Ausgänge raus, also vorne und hinten, sondern auch seitlich. Einfach scheiß Notausgang, Tür auf, rutsche raus und dann runter. Ja, ey, nochmal 70 Euro extra kassieren für den Fun-Bonus und dann darfst du zur Seite raus. Ja, nochmal eine nach die 8 an, weil man es gemacht hat, natürlich. Natürlich, aber das nervt mich total, es hat jetzt überhaupt gar nichts mit der Ausstattung zu tun, sondern es hat mehr was damit zu tun mit diesem Prozedere, weil alle stehen auf, dann hast du dein Handgepäck nicht über deinem Fach gehabt, sondern zwei Reihen weiter hinten, da stößt du auf sehr wenig Verständnis, wenn du da nochmal zurück musst, so weißt du, das ist, also ich bin nicht scheiße. Ich habe auch noch einen Vorschlag zur Optimierung. Ich hätte gerne, ich würde nochmal 20 Plätze rausnehmen. Also jetzt hätten wir noch, wie viel haben wir da noch ungefähr? 30 Leute, die mitfahren können. Wie mal da? Weil ich könnte mir gut vorstellen, wenn es so einen, wie einen Raum gäbe, für Pläuschieren. Ja. Ich bin gar nicht so, ich brauche keinen Raucherraum, ich mag auch die Challenge und ich freue mich auf die Zigarette danach, aber ich bin so, ach, ich könnte mal wie den Gang langlaufen. Ja. Das ist aber nicht so geduldet, aber hätte man wie diesen Plauschraum, dann wäre für alle klar, naja, entweder geht er auf die Toilette oder er geht in den Plauschraum und da kann man sich halt mal so unterhalten. Ja, ja. Aber es gibt, ja, Entschuldigung. Gibt es das in der First Class? Es gibt doch so, ich habe das auf jeden Fall schon in Filmen gesehen, es gibt doch auch Bars in Flugzeugen, wo ist denn das? Ist das nur für Business und First? Nein, nein, nein. Das ist, glaube ich, Emirates oder Dubai. Das habe ich in zwei Filmen schon gesehen. Mein Kartenhaus beginnt zu fallen, ich bin gar nicht reich aufgewachsen, ich weiß das ja alles gar nicht. Stimmt, ja. Aber ich natürlich, der wirklich richtig arm aufgewachsen ist. Du weißt das ja noch weniger. Ich weiß ja erst kurz, dass es Flugzeuge gibt. Da hätten wir immer gefragt, was sind das für absurd laute Vögel. Was der Stänger noch gesagt hat, fand ich sehr, sehr wichtig und zwar, der meinte irgendwann mal, was mir hier immer fehlt, ist in so einer Eincheck-Situation Informationen. Denn wir hatten zum Beispiel die Situation, dass wir in einem Raum waren, wo es 40 Grad heiß war und in diesem Raum waren sehr viele Menschen und alle waren völlig genervt, weil du hattest deinen Rucksack auf und deine Tasche irgendwie in der Hand, du musst ja auch immer aufpassen, dass man nichts verliert. Und jetzt waren wir ja noch in der tollen Situation, wir hatten ja keine Kinder dabei oder Leute, auf die man aufpassen muss außer mir und dann standen wir halt einfach nur in dieser Reihe. Und wenn ich in der Nähe war, wusstet ihr, okay, wir haben alles einigermaßen. Der Punkt ist jetzt aber der, dass alle anderen halt natürlich super gestresst sind, weil eigentlich ist man schon über der Check-In-Zeit. Was passiert hier? Ja, das muss besser angeleitet werden. Einfach nur jemand, der sagt, hört mal zu Leute, das dauert locker noch eine halbe Stunde, wir wissen, wir haben gerade folgende Probleme, kriegen es gerade selbst nicht geschissen, keine Ahnung, wir machen nochmal einen Durchsagen, wenn es weitergeht. Damit sind wir ja schon cool. Welche Situation übrigens auch richtig nervig ist, ist, man fährt in diesen Bussen zum Flugzeug, man ist da drin eh schon so gequetscht, man steht vor dem Flugzeug und der Bus ist ohne Gründe noch so 10 Minuten zu. Wo man sich so denkt, das ist einfach nur eine Schikade. Was anderes ist es einfach nicht. Ja, dann wäre ich dann so, nee, lass uns doch hinlaufen. Dann brauchen wir die 5 Minuten länger, sind immer an der frischen Luft. Naja, so sind auf jeden Fall die Situationen. Es gibt noch, ich finde man kann im Kulinar schon Angebot sehr, sehr viel optimieren. Also das hat mir überhaupt nicht gepasst, was es da gab, ehrlicherweise. Dann hatten wir so auf Dennis Meyers Anraten hin und gesagt, wir trinken jetzt mal Bloody Mary auf dem Rückflug. Mann, war das eklig. Hab ich nur so einen Schluck Wodka rein und den Rest dann weggepackt. Ja, das war, boah, war das doll. Da wünsche ich mir eine bessere Cocktailkarte, sag ich ganz offen, frei raus. Und dann denke ich mir so, warum macht so jemand wie Haftbefehl oder so, könnte doch mal so eine Karte schreiben. Weißt du, wenn man ab Frankfurt abfliegt. Ah ja, cool, gute Idee. Weißt du, dass es dann heißt so, yo, hier gibt es einfach die Haftbefehlpizza zum Beispiel. Die Tiefkühlpizza von Haftbefehl. Ach der eine? Ja, der hat eine eigene Tiefkühlpizza. Das wäre cool. Ja, sowas zum Beispiel. Warum gibt es sowas nicht? Das stimmt. Ich würde mich, also über eine gute TK-Pizza, würde ich mich mehr freuen als über ein kühles Brötchen. Ja, richtig. Ja. Ich würde mir das auch selbst aufbacken. Klar. Ja, wenn die sagen, gehst du davon. Im Plauschraum, im Plausch-Aufpackraum. Ey, das ist es eigentlich. Ja. So eine Gemeinschaftsküche. Ja. Ja, genau. Ja, genau. In der WG. Ja. Weißt du, da ist so ein Sandwich-Maker drin, Filter-Cafe-Maschine. Mehr brauchst du nicht. Genial. Wo es aber heißt, der Letzte sollst du bitte aufräumen, das wird einfach nicht gemacht. Never, ever. Räum einfach nur dein Zeug wieder in die Spülmaschine, das passt dann schon. Und du hast dann auch so lauter Lebensmittel aus allen Herrenländern. Ja, ja. Irgendwelche Brotaufstriche aus den Emiraten. Und irgendwie so abgegammelte Sardinen aus Lissabon und so. Also so eine richtige geile, artzige WG-Küche. Was ich noch sagen wollte, ist Thema Humor. Wo für mich Humor überhaupt nicht… Gutes Thema erstmal. Wir lachen alle gerne. Lachen ist cool. Wo ich ja immer wieder erstaunt bin über mich selbst, der ja Humor so liebt. Ich würde sagen, ich bin ein Lachfreak. Das würde ich auch sagen. Ich bin auch ein Lachfreak. Und da muss ich sagen, es gibt aber eine Situation, in der will ich kein Humor erfahren. Und zwar, wenn der Pilot sich vorstellt. Nee. Nee, wenn der Pilot sich vorstellt, dann hoffe ich auf folgendes. Hallo und einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir fliegen heute nach Lissabon. Es hat herrliche 30 Grad. Der Flug wird angenehm. Mein Name ist Franz Schwendenbauer. Ich bin 99 Jahre alt und ich fliege seit 3000 Jahren dieses Flugzeug. Alles ist in bester Ordnung. Meine Beziehungen, privat und geschäftlich, laufen hervorragend. Und das verstehe ich. Ich meine auch, dass so wie George Clooney sich vorstellt. Ja, genau. So eine Coolness, so was Abgeklärtes, was Professionelles. Ja. Bisschen charmant, wo ich sage so, der ist privaten Schlawine. Ja, ja. So mäßig. Kann er sein. Kann er von mir aus sein. Was ist denn vorgefallen? Nee, nee, es ist nichts vorgefallen. Ich freue mich. Ich merke jedes Mal, dass ich mir denke, hoffentlich ist es nicht so. So, da sind wir wieder. Ach so, wie zum Beispiel, wenn man in einem Zug fährt. Ja, genau, weil die sollen ja so lustig sein. Genau, aber das mag ich ja im Zug. Im Zug ist es völlig in Ordnung. Ich habe auch das Gefühl, im Zug kann ein Zugführer nichts falsch machen. Ja. Aber ich habe so in der Luft und so, da bin ich, da ist mir schon einiges. Genau, das muss so ein bisschen anfühlen, als würde Papa einen in den Urlaub fahren. Richtig. Ja, richtig. Papa fährt einen in den Urlaub. Und ich sage jetzt noch was. Und vielleicht ist das, ich weiß nicht, ob das sexistisch ist, aber wenn eine Frau fliegt, fühle ich mich sicherer. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe das Gefühl, dass die ihren Job ernst nimmt. Ja, die wollen nicht angeben, also Mode aufheulen lassen und sowas. Ja, ich weiß nicht, warum das so ist. Ich denke mir einfach wirklich, es hat mich einmal, wurde ich von einer Frau geflogen, also nicht durch, sondern alle. Und da habe ich mir irgendwie gedacht so, na, die hat das im Griff. Ich will eigentlich eine Person, die so weit von mir selbst weg ist, wie es nur geht, die mich fliegt. Und umso näher das an mir ist, denke ich mir so, der verschüttelt vielleicht auch mal was. Dann bleibt irgendwie was im Pedal stecken. Es gibt so zwei, drei Momente beim Fliegen, wo ich mir immer denke, hoffentlich geht es gut. Und würden die uns das sagen, wenn es nicht gut geht? Wie zum Beispiel, jedes Mal, wenn die Reifen rausklappen, das hört man ja, denke ich mir jedes Mal, was, wenn die Reifen nicht rausklappen, was passiert dann? Und würden die es uns sagen, würden die sagen so, Anschnallen jetzt. Folgendes. Mein Fehler, eine Sache habe ich vergessen. Ich hätte schwören können, ich habe da nachgeguckt. Ich erinnere mich noch, also wie mit der Weste. Ja, genau. Das haben wir wohl vergessen. Ganz sicher auf den Knopf getragen. Folgendes. Wir werden jetzt versuchen, im Hudson River zu landen. Das ist uns schon mal gelungen. Das hat schon einer gemacht. So. Scheint ja nicht so schwer zu sein, Leute. Anschnallen. Los geht's. Ja, davor habe ich immer so ein bisschen Schiss im Flugzeug. Und weiß ich auch nicht. Ich gucke immer auch die Stewardessen ganz genau an. Gucke, wie die so drauf sind. Oh Mann, als wir da von San Sebastian heim sind. Ja. Und die mal ganz schnell alle Becher in sowas eingesammelt haben, ne? Weil es richtig so holter die Polter war. Die hatten richtig so Angst in den Augen. Da war ich so schrecklich. Waren wir ja nicht im gleichen Flugzeug. Ja, habt ihr nicht mitbekommen. Da habt ihr ja gedacht, wir sind die, die überleben, weil ich zusammengeklappt bin am Flughafen. Ja, wegen Schwächeanfall überlebt. Christian U. Und Daniel Stenger. Ja, genau. Und Daniel Stenger. Stimmt. Wegen Zivilcourage überlebt. Du hast ihn gerettet. Ja. So muss man es übersehen. So muss man es versehen. Ja, wer weiß. Wenn wir beide noch im Flieger gewesen wären, hätte es die Maschine vielleicht auch nicht geschafft. Vielleicht haben wir euch das Leben gerettet. Ich will, dass ihr in Zukunft mit diesem Glaubenssatz durchs Leben lauft. Christian U. Ja, er ist wahnsinnig anstrengend. Aber der hat mir mal das Leben gerettet. Wie er denn das gemacht? Der ist nicht in den Flieger eingestiegen, in den ich gestiegen bin. Der hat immer so richtig selbstloses Leben gerettet. Das hätte anders ausgehen können. Ich muss sagen, du hast dir auch so ein paar Unkenrufe gefallen lassen müssen am Flughafen dann. Als wir dann dort waren. Ich glaube, unser Flug war ja eine Stunde versperrt und da haben sich natürlich auch viele andere Passagiere dann wegen den anderen verzögerten Flügen angestaut. Und da meinte, glaube ich, keine Ahnung, der Max meinte so, der Lesmann meinte so irgendwie, oh guck mal, der kann mir gar nicht sitzen mehr. Chris, du kannst dich da hinlegen. Ich glaube, das war der Benjamin. Der Benjamin, ja. Die waren beide so on fire, ey. Das war aber ein guter Joke. Ja, wirklich ein guter Joke, ja. Wissen ja viele gar nicht, dass der berühmte Rapper Casper ein Mobfreak ist. Ja. Ich will auch mal hier mal öffentlich sagen, dass er der Mobberei nicht abgelehnt ist. Der liebt, seine Freunde zu beleiden. Und dann wird er zu einer richtigen Westfalen-Atze. Ja, genau. Oh ja, wir hatten viel Spaß. Naja, es waren herrliche Tage in Lissabon. Und man kann ja vielleicht mal drei, vier Tipps rausgeben, wenn ihr auch regelmäßig in Lissabon seid. Ich würde schon gerne über dieses Hundert Manierdas sprechen. Das wäre jetzt auch mein großer Tipp gewesen. Weil da habe ich wirklich gemerkt, da haben wir alle die gleiche Meinung gehabt von dem Abend am Ende des Tages. Wie sind wir darauf gekommen? Vielleicht nochmal vorab. Anthony Bordeaux ist so ein sehr, sehr berühmter Koch gewesen. Der hat sich leider das Leben genommen aufgrund von Depressionen. Und hat da aber immer so Städtereisen gemacht und so auch so Länderreisen. So war er unter anderem auch in Lissabon und hat dort Bifana probiert. Das hatten wir auch gegessen. Und er war eben Hundert Manieras, das ist ein Sterne-Restaurant in Lissabon. Genau. Und dann habe ich mit dem Dennis Mayer darüber geredet, dass wir da ja eigentlich hingehen könnten. Dann haben wir dort reserviert. Und darüber können wir vielleicht auch nochmal ganz kurz was erzählen. Ja, das ist nochmal kurz drüber sprechen. Denn die schlauen Scheuer ist natürlich nicht nur in den Momenten wichtig, wo mir was auf die Hose fällt. Wo ich mir denke, ich muss jetzt halt meine Hose öfter einmal waschen. Ich muss mir jetzt wieder einen neuen Kaffee kaufen. Sondern es ist mal wieder was passiert. Der Dennis Mayer sagte zu mir, vier Tage bevor wir gefahren sind, wollen wir jetzt mal in dem Hundert Manieras reservieren. Und da habe ich gemeint, ja. Dann meinte er, meine Kreditkarte schafft das leider nicht, Chrissy. Kannst du deine nehmen? Dann habe ich gemeint, ja. Ich war aber so ein bisschen krank, habe zu Hause auf der Couch gelegen und bei mir war es ja so ein Wettlauf gegen die Zeit, ob ich noch gesund werde. Und dann habe ich so das bestellt und alles eingeloggt. Und in Sternerestaurants ist es so, dass man, wenn man nicht erscheint, deswegen muss man seine Kreditkarte angeben, dann muss man Geld bezahlen. Und bei sechs Leuten waren es 600 Euro. Ich habe also am Dienstag gebucht, auf den Donnerstag. Wie viele von euch wissen, heißt es auf Englisch Tuesday und Thursday. Und am Morgen des Mittwoches wache ich auf und meine Freundin liegt neben mir und ich sage zu ihr so, ich habe ein Problem. Und sie so, was sagt ich so, ich habe gerade eben 600 Euro abgebucht bekommen von 100 Manieras, die sagen, schade, dass sie gestern Abend nicht gekommen sind. Und turns out, ich habe statt auf den Thursday auf den Tuesday gebucht. Und das sind so Tage im Leben eines ADHS, ich habe ja im Hörerfax drüber gesprochen und ich habe sehr viele schöne Nachrichten bekommen, Dankeschön, im letzten Hörerfax. Am Ende direkt, ich glaube, es war die letzte Frage, die wir beantwortet haben. Man hat halt oft das Gefühl, fuck, ich bin falsch. Ich bin einfach, ich kriege das, ich kann das normale Leben nicht leben. Und das war wieder ein Proof, ja, 100 Prozent, du bist falsch, deswegen werden die jetzt 600 Euro berechnen. Und ich war wirklich so unterschockt. Und dann ist der Stänger mir lieberweise auch sofort zur Seite gesprungen, war so, du hast aber auch fairerweise sofort die Reservierung in die Gruppe gepostet, wo ganz fett Tuesday drauf stand und keiner hat reagiert. Da bin ich aber dann auch so, dass ich sage, naja, ich habe mir aber auch nicht einmal das Airbnb angeschaut, das der Max gebucht hat. Also es ist einfach wieder so eine Situation gewesen, die zum Kotzen war. Und dann haben wir alle den E-Mails geschrieben und der Stänger hat nochmal angerufen, Tourmanager-Manier. Und am Ende haben die sich bequatschen lassen und haben gesagt, okay, Leute, hört zu, wir können das irgendwie verrechnen mit eurer Rechnung, die ihr braucht am Freitag. Deswegen mussten wir da auch für mindestens 600 Euro essen. Haben wir auch locker hinbekommen. Und, äh, aber, ey, das ist so krass, wie ich mir da schon wieder dachte, ey, es kann doch nicht sein, dass mir sowas immer wieder passiert im Leben. Immer wieder. Ja. Ja. So war's. Stänger, was hast du dir gedacht, als du die Nachricht gelesen hast? Also ich war überhaupt gar nicht so zynisch in der Hinsicht. Ich habe mir nur gedacht, okay, das muss man irgendwie einfach nur klären. Also da denke ich mir, yo, ey. Nee, also wirklich, wir haben es doch, du hast ja gerade schon gesagt, wir haben uns ja, du hast es ja in die Gruppe geschickt und andere fünf Leute haben das gelesen. Und wenn es einer richtig gelesen hätte mal, dann wäre das vielleicht nicht passiert. Also da muss ich leider so diesen Agentur-Ding ins Kirchen machen, das ist für mich wie eine Abnahme. Und wenn alle sagen, ist cool und dann taucht doch noch ein Fehler auf, dann sagt man, sorry, ihr habt alle drüber geguckt, Pech gehabt. Also da muss ich dir, deswegen war ich da eher dann lösungsorientiert. Die Sache war, dass wir noch an dem Mittwochentisch, Quatsch, an dem Mittwoch war noch gar nicht da, jetzt fange ich auch schon an, dass wir an dem Freitag einen Tisch reserviert hatten. Und dann habe ich da nochmal angerufen und da habe ich die Tische dann irgendwie switchen können, dass wir donnerstags in den Freitagladen gehen und am Freitag in den Dienstagladen. Und es wäre sehr ärgerlich gewesen, also a natürlich wegen dem Geld, aber auch wegen der Experience, weil die war richtig, richtig geil. Hätte ich mich geärgert, wenn wir das verpasst hätten. Das war wirklich krass. Also es war so krass, dass ich teilweise so richtig so sentimental gerührt war, weil mich das so ergriffen hat, die Idee und Darbietung von allem. Willst du mal ein bisschen davon erzählen? Weil wir sind ja dann am Freitag um 19.30 Uhr, hatten wir einen recht frühen Tisch. Zur Vorgeschichte, wir waren davor schon ungefähr den ganzen Tag essen, hatten keinen Hunger, als wir da hingefahren sind. Alle haben sich angeguckt und waren so, boah, hoffentlich gibt es nur einen Salat, der sehr teuer ist, weil ansonsten haben wir ein Problem. Aber erzähl doch mal, wie es dann war. Ja, also wir kamen dann da an, Taxi hat uns irgendwie rausgelassen, mussten noch so oben zwei Straßenecken und es war auch so ein bisschen das Haus, wo das drin war, so ein bisschen versetzt. Und du siehst auch nur, wenn du oben die Fassade hochschaust, ist irgendwie diese 100 in so ein Eisen gebrennt oder sowas und davor aber so ein riesen Gitter. Und die wussten aber schon, dass wir kommen und es kam dann relativ schnell einer raus, hat uns reingelassen. Haben wir natürlich auch erstmal alle einen kleinen Stich bekommen, dass jetzt sind die Idioten da, die für den falschen Tisch gebucht haben. Und da hat es schon angefangen, dass es interessant wurde und auch so ein bisschen so psychopathisch. Da komme ich später noch immer öfter drauf und zwar, wir liefen da rein und alle haben uns in die Augen geschaut und gegrüßt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so wahrgenommen habt. Ich habe auf den Boden geschaut. Es war aber so, dass wirklich alle, an denen man vorbeigelaufen ist, ob die in der Theke standen, Garderobe und so, die haben alle so anfixiert und waren so, hello, nice to meet you. Als würden sie an unsere Zwiebeldrüse wollen. Ja, und da war es schon so, okay, ist irgendwie nett, aber ist auch weird. Wer wird denn der Blumenkönig? Ich habe das Gefühl, dass die mich alle kennenlernen wollen. Macht keinen Sinn. Die Männer sahen auch so ein bisschen, also die Männer sahen aus wie Mönche? Genau, die Männer waren alle in so braunen Kutten gekleidet. Die sahen wirklich aus wie Mönche, weil die hatten auch so um die Lenden irgendwie so eine Kordel und die hatten auch keine Ärmel. Die Arme waren irgendwie abgeschnitten. Manchmal sah der eine so ein bisschen zu nackt aus, der Große. Und das fand ich schon interessant und die Frauen waren in so grauen Kostümen, aber also nicht so schick Kostümen, sondern eher… So marktmäßig, wie eine Magd, ein Holdemarkt. Oder so Amish-Style, ohne dass sie jetzt so eine Haube auf dem Kopf haben. Das sah alles schon so kultisch aus. Und dann kamen wir in den, sind durch den ersten Raum, sind in den zweiten Raum und da stand eine riesen Tafel, war bestimmt sechs Meter lang, eine Marmorplatte, grüner Marmor. Und oben drüber war eine große Deckenlampe, das war so ein Kunstwerk und die war geformt wie ganz viele Kerzen, die schon abgebrannt waren. Aber nach unten abgebrannt. Nach unten und nach oben. Ja, stimmt, ja. Und so ein bisschen wie so Bienenwachs und da waren dann nochmal Glühbirnen drin. So diese Stalaktiten aus Wachs. Genau, genau. Und das schwebte so über diese ganze Tafel. Vorne saßen schon vier Leute, die sahen auch so ein bisschen alien-esk aus. Die sahen aus wie die Addams Family. Genau, die sahen aus wie die Addams Family. Und dann haben die uns so an unsere Plätze gebracht, haben unsere Jacken abgenommen, wir haben uns erstmal hingesetzt. Und dann fing das schon an, dass sie so alles so ernst genommen haben. Die erste Frage war, ob wir Wasser trinken wollen und wer stilles und wer Sprudelwasser möchte. Und als das definiert war, kamen die Gläser und die, die sich für stilles Wasser entschieden haben, das waren wenige Leute, die haben ein Glas bekommen. Das hatte nochmal einen Blechrand oben rum, das dann für das Servicepersonal gekennzeichnet hatte, hier wird stilles Wasser eingeschenkt. Das Wasser wurde dann aus so Karaffen rausgeschenkt, die uns so abgefreakt haben. Ben hat sich ja dann eine gekauft, denn bei ihm war es so ein Erpel, der das Wasser aus seinem Maul rauskotzt. Und dann gab es dasselbe noch mit einem Hahn und mit einem Frosch. Die waren alle drei funky. Aber auch alle so ein bisschen, ist das jetzt okkult, ist das kitschig, warum steht das hier? Und generell, es war alles so sehr diesig und dunkel. Hinter dir war so ein schwerer, smaragdfarbener Vorhang. Hinter mir war so Geröll. Und man hat auch die anderen Gäste gar nicht gesehen, weil wir waren dann, das fand ich auch so spannend. Vorne war es abgetrennt, mussten wir durch so eine Tür. Und hinter uns war es auch abgetrennt mit so einer Theke und so einem Hängeregal. Ja, wir dachten die ganze Zeit, eigentlich sind wir die einzigen. Aber das stimmte gar nicht, weil rechts war irgendwie noch ein kleiner Teil und links war ein kleiner Teil des Restaurants. Aber ich glaube, die haben das, da habe ich noch lange drüber nachgedacht, ich glaube, die haben sich einfach gesagt, Gruppen in die Mitte. Weil wenn die dort laut sind, dann sind die für sich laut. Die waren auch laut. Ja, und die kleinen Tische, woanders sind. Und dann wurde es halt immer performativer. Also dann kam eine Sommelier, die uns gefragt hat, wollen wir Wein trinken, wollen wir Cocktails trinken? Und da war es wieder so ernst genommen. Weil die hat uns alle gefragt, wir hatten die, die Interesse an einem Cocktail hatten, war so, na was gefällt dir? Was übrigens eine krasse Frage ist, ich finde, da wird schon ganz schön viel vom Gast verlangt, also da kommt man sofort in so eine Trugssituation, weil man sich erst mal überlegen muss, was gefällt mir eigentlich? Ich finde es gar nicht so einfach zu definieren. Auch nicht einfach, ich fand es aber total toll, weil ich war so, ich werde hier so ernst genommen, ich kann jetzt wirklich so atypische Sachen sagen und mal gucken, was passiert. Er müsste eigentlich irgendwas, sowas sagen, wie in die Richtung, ich hätte gerne ein Getränk, das die Vergänglichkeit darstellt. Und für mich die Frage beantwortet. Mann, die hätten dir das aber, die hätten dir trotzdem einen Vorschlag gemacht, so wie ich die wahrgenommen habe. Und die Frage beantwortet, was ist schlimmer, verlassen werden oder übrig bleiben? Kommt sofort. Würde ich dir eine Spezi empfehlen. Fick der Lose. Und jetzt nochmal zu den Cocktails, dann kamen die auch an mit ihren Cocktailvorschlägen, die in so Weinflaschen irgendwie abgefüllt waren und dann wurden die auch eingeschenkt, man durfte die probieren und war so, schmeckt Ihnen das? Soll es denn damit weitergehen? Ja, richtig. Und ich hatte einen, du hättest ihn glaube ich auch, der war so ein bisschen scharf und auch so ein bisschen essighaltig und hatte auch so irgendeine Schwere hinten drin, also fast schon sowas wie eine Suppe, nicht ganz so doll. Ich dachte kurz, das geht so in die Richtung wie so ein scharfer Kombucha, aber es war, ja. Also weird, aber ich dachte so, das schmeckt interessant, mal gucken, wie sich das mit dem Essen dann funktioniert. Und das Essen war ja, die Darbietung war ja fantastisch. Und dann, also bis man erstmal zum Essen kam, war es ja so, naja, also, wir waren alle schon so vollgefressen, die waren so, also wie folgt. Das Menü heißt, die Story sind 17 Gänge. Und dann waren wir alle so, naja, wie ist denn mit einer Kurzgeschichte? Und dann waren die so, ja es gibt da noch Short-Stories in 10 Gängen. Dann waren wir so, ja bitte die Kurzgeschichte. Und dann ging es auch schon los und ich glaube, wir müssen nicht das ganze Menü durchsprechen, aber so die Sachen, die uns so hängen geblieben sind. Also was ich toll fand, das war gerade im ersten Viertel, war das am allerdeutlichsten, das haben die dann später aufgebrochen, aber es war wirklich wie eine Performance, also, und zwar, als der erste Gang kam, das waren ganz viele Schälchen, irgendwas wird mit einer Haube abgedeckt und Silbertablett und was weiß ich. Und es wurden immer zwei Leute gleichzeitig bespielt, das heißt, wir hatten dreimal diese Partie, da wir zu sechs da waren. Und das Servicepersonal hat uns das serviert, als wären es SynchronschwimmerInnen, denn die waren total abgestimmt, jetzt kommt das Gläschen, in das Gläschen stecke ich jetzt den Löffel. Damit der Löffel nicht umfällt, schiebe ich das nochmal in die Richtung von ihm. Und das ist alles immer synchron passiert. Dann war ich so, boah, das ist so krass. Und Ben meinte schon so, er ist wie in einem A24-Film, weil es sich so weird angefühlt hat, weil es war, irgendwie hat das was Elitäres. Irgendwie hatten wir auch noch diesen Background, wir sind die, die verkackt haben, deswegen hatten die auch schon so leichte Spitzen gegen uns, aber humorvoll. Ja, und wir waren ein bisschen demütig, ne? Und wir waren ein bisschen demütig und auch halt beeindruckt, weil es dann so elitär und streng war, aber trotzdem so komfortabel uns gegenüber. Ja. Und also nach dem ersten Gang war ich so, naja, wahrscheinlich werden die uns zum letzten Gang einem von uns die Kehle aufschneiden und die anderen dürften ans Blut trinken. Das wäre so der sinnvolle Plot, ne? Da müsste es hingehen, so wie es hier anfühlt. Die standen bei einem der letzten Gänge wirklich so aufgereiht da, so als wäre dieser Gang, dieser vorletzte Gang oder was, das war etwas super Besonderes und die waren in so einer Abwart, in so einer Hab-Acht- und Abwart-Stellung. Wer hat jetzt die vergiftete Auster oder sowas? Und derjenige wird dann hinten in den Kutter geschmissen. Ja, das war... Und derjenige hat neue Sachen kennengelernt hat und auch die Vermischung von beiden so ein bisschen. Es war ein total rundes Konzept. Man hatte einfach das Gefühl, okay, hier wurde sich von vorne bis hinten richtig viel Gedanken gemacht, dass Leute hier einen Abend haben können, der ganz vieles war. Also der war halt, es war nicht nur kulinarisch anspruchsvoll gekocht und schön angerichtet, sondern es war auch mit immer einer Geschichte dahinter. Genau, immer eine Anekdote dazu. Und das war irgendwie schön. Und es gab total viel Performatives, ne? Also wir hatten zum Beispiel diese Situation, dass es hieß, jetzt langt ihr mal hier rein und müsst mal probieren, was das ist. Genau, die eine Gruppe muss aus diesem... Wir haben alle so einen Sack hingehalten bekommen, so einen kleinen Jutebeutel. Da war es so, na die Hälfte der Gruppe muss dazu was rausziehen. Da ist wie so eine Fiole drin. Und da waren die Ersten schon mal so, oh Mutprobe. Und den Pokal habe ich an dich weitergehen lassen. Und du warst, naja, soll man da reinfacken und mal gucken, was passiert. Und dann waren die so, jetzt wo die Fiole draußen sind, das Gegenüber soll auch mal in den Sack lang und Augen zumachen und einfach essen, was drin ist. Haben wir aber dann alle gegessen, ne? Und das war ganz interessant gemacht, denn es waren Maden, die da drin waren. Ja, es waren so Sandwürme, so friktierte, getrocknete oder sowas. Und das ist natürlich schlau gemacht, weil ganz viele Leute wahrscheinlich sich erstmal ekeln würden und es nicht essen würden. Und so isst man es schon mal. Ja, ich habe auch viel Geld dafür bezahlt, dass ich das jetzt nicht darf. Ja, genau. Und dann waren die auch auf diesem Gericht, das war so eine Zwiebel, das muss ich sagen, das war ein unspektakuläres Gericht, aber die Darbietung war top. Ja, ich fand, also ich fand es auch nicht lecker, aber trotzdem hat mir es total Spaß gemacht, das zu essen, weil ich fand so, ey, die Zwiebel ist komplett verbrannt. Dann liegen jetzt hier noch Würmer. Dann ist ja noch irgendwie so Grünzeug. Und dann war ja eine Paste, die kenne ich so aus der philippinischen Küche, das nimmt man da zum Salzen. Das sind fermentierte Schrimps, die irgendwie mit Öl klein gemahlen sind. XO-Sauce. Kann sein. Und das hatten die da auch gemacht, aber eben auch mit diesen Mehlwürmern oder was das war. Das war super spannend. Dann kam zum Beispiel der Hauptgang, das wurde auf einem Schulterknochen, auf einem Schlüsselbein serviert, weil der Küchenchef seinem Vater ein Messer ins Schlüsselbein gerammt hat. Um die Mutter zu retten. Um die Mutter zu retten. Eine wahnsinnige Geschichte, die uns da erzählt wurde. Also das war nicht nur funny oder lustig. Das war teilweise richtig dark und hat einem richtig zum Nachdenken gegeben. Und dann kamen sie nochmal an und haben gemeint, jetzt haben wir hier noch ein Dessert. Das probiert ihr mal bitte und ihr müsst sagen, was ihr dort schmeckt. Also es waren schon auch so ein paar Herausforderungen. Es war nicht einfach nur, hier bitte schön essen und fertig. Und dann habe ich denen noch die Herausforderung gestellt, habe ich zu denen gesagt, so okay, jetzt habt ihr uns eine Herausforderung gesagt, jetzt meine Herausforderung an euch. Habt unsere Jobs aufgezählt, was wir beruflich machen. Und sie sollten raten, wer es ist. Und Stalin Stenger ist laut dem 100 Maneras, der am ehesten wie ein Rapper aussehende in unserer Crew gewesen ist. Und da muss ich schon mal sagen, Respekt beim Herrn. Und wer hat er gesagt, ist der Küchenchef? Ich glaube, den Dennis hat er identifiziert. Also den hat er, glaube ich, richtig zugeordnet. Ja, Dennis wusste ja sofort, dass er der Küchenchef ist. Und dann kam der, glaube ich, auch aus dem Kasper noch raus. Bei mir hat er gesagt, ich bin funny, ich bin wahrscheinlich ein Podcaster. Das war cool. Da habe ich mich drüber gefreut, der war. Ja, das war wirklich ganz inspirierend und toll und eine super besondere Erfahrung. Bin ich richtig froh drum, dass ihr das rausgesucht habt und dass wir das noch machen konnten. Ich will noch ganz kurz einmal, weil natürlich ist es immer so, man fährt in so einen Urlaub und die Leute gucken sich das auf Instagram an und denken, wir sind alle super reich. Und das kostet ja wahrscheinlich unendlich viel Geld. Stimmt beides. Stimmt beides. Aber nur damit man so ein Gefühl davon hat, was man da jetzt bezahlt hat. Ich glaube, wir haben alle knapp unter 200 Euro bezahlt pro Person und hatten dort wirklich einen feucht-fröhlichen Abend. Vier Stunden lang ging das. Vier Stunden lang ging das und es gab richtig geile Cocktails, unfassbar gutes Essen, eine geile Story dazu. Also es ist natürlich nicht günstig. Also Leute, die sagen, ein Essen darf für mich nicht mehr als 40 Euro kosten, das ist für mich was Pragmatisches. Oder ich kann es mir einfach nicht leisten. Fair. Ja. Es gibt ja ganz viele Leute, die sich das bestimmt schon immer mal trauen wollten, aber sich nie sicher waren. So ging es mir immer früher, bevor ich das das erste Mal gemacht habe. Und da hätte ich mir immer gewünscht, wenn mal einer gesagt hätte, hör zu, also das bezahlt man da ungefähr. Und wenn ihr diese kleine Story nehmt in diesem Laden drin, dann könnt ihr euch echt noch ganz gut was nebenbei zum Saufen reinstellen. Und dann waren wir so knapp unter 200 Euro pro Person und haben dann, glaube ich, ein richtig fettes Tringel gegeben, meine ich. Und waren bei 1,3 insgesamt zu 6. Also das ist wirklich… Aber er war ein Abend für die Bücher, ja. Also super geil, das muss man wirklich sagen. Ich fand auch in dem Laden, also man hat ja gerade so ein bisschen erzählt, es ist einem hier und da mal so ein bisschen elitär vorgekommen, war es aber null. Also man hat sich auch nie over oder underdressed oder so gefühlt und die hatten auch Spaß mit uns. Also das finde ich ja das Schöne daran, dass die so in der Lage sind, sich auf Augenhöhe zu begeben. Also ob du jetzt der super Ete-Petete, der seine Mutti ausführen will oder sein whatever, also auf jeden Fall, da schaffen die das so mit denen zu sprechen oder mit denen sich auf eine Augenhöhe zu begeben, aber auch mit uns. Also mit uns kann man noch ein bisschen Quatsch machen und so. Und ich glaube, wir hatten Spaß mit denen und die hatten Spaß mit uns auch. Also ich glaube, es wäre auch für die ein Schade gewesen, wenn wir nicht aufgetaucht wären. Ja, das stimmt. Ich glaube auch, dass wir da irgendwie nochmal cool für die waren. Ja, klar. Also 100 Prozent. Ich glaube wirklich, die hatten Spaß mit uns, wir hatten Spaß mit denen. Das trifft es perfekt. Und wir sind ja schon sehr besoffen rausgefallen. Das war mal zu sagen. Also es war schon ein doller, feuchtfröhlicher Abend. Tja, aber ansonsten ist es natürlich mal wieder ein weiterer Punkt gewesen auf der Butterbande-Playlist, weiterer Song auf der Playlist gewesen. Ja, ich habe noch eine Frage und zwar Urlaubsandenken oder Mitbringsel, was ist das Schönste in eurem Besitz? Was mir jemals mitgebracht wurde? Oder was du dir selbst wo geleistet hast und mitgebracht hast? Ich habe eine ganz sentimentale Antwort. Also, Obacht. Dann fang du mal an. Ich fang mal an. Ja. Und zwar, mein Opa ist ja letztes Jahr verstorben und von dem habe ich mal ein Messer geschenkt bekommen, ein Taschenmesser. Das habe ich geschenkt bekommen, da war ich ein Kind und da war es noch so, da hat er mir erst gesagt, das werde ich dir mal schenken, noch habe ich Angst, dass du dich damit umbringst. Ja. Weil es wirklich schon ein ordentliches Messer war mit einer riesen Klinge und schon irgendwie ein tolles Messer. Irgendwann habe ich das dann bekommen als Teenager. Die Geschichte dazu ist, das hat er in Kanada in der Wildnis gefunden. Und so, das ist die Geschichte, die ich kenne. Du sagst so, ey Marik, das habe ich ihm nirgendwo gefunden. Wahnsinn, ja. Und das darfst du haben. Und jetzt hatte ich letztes Jahr dann, also das war für mich dadurch eh schon irgendwie ein Schatz, weil es so besonders war, wie er es denn gefunden hat. Und jetzt hat, letztes Jahr habe ich mit meinem Cousin alte Camcorder-Aufnahmen angeschaut. Der hatte die digitalisiert, eben auch von diesem Kanada-Urlaub. Und weil er so, das waren auch alles funny peeps und deswegen ist es witzig, sich das anzuschauen. Und es gibt so eine kleine, ey, das sind drei Sekunden. Da siehst du, wie mein Opa aus so einem Bachlauf zurückläuft, das Messer in die Kamera hält und sagt so, das nehme ich meinem Enkel mit, das habe ich gerade gefunden. Und das hat mich so aus dem Leben geschoben. Diese Entscheidung so halbleib nochmal zu sehen. Krass, ne? Ja. Weil du merkst, das war so spontan, das war sein erster Gedanke, der wusste ganz genau, das ist die richtige Entscheidung, mein Enkel kriegt das. Und das fand ich so krass. Und das... So sweet. Ja. Ich habe leider als Teenager zwei Macken in die Klinge gemacht. Ja, normal. Hast du es noch? Ja, ich habe es noch. Cool. Kannst du dir ja bei Masari vielleicht, ich habe heute auch ein Messer vorbeigebracht, kannst du dir vielleicht nochmal so nachschleifen lassen. Ja, es geht gar nicht um die Klinge und so, es hat an der Seite so streben. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Klingen die bestimmt auch raus. Ja. Das würde ich, glaube ich, gerne nochmal machen. Ja, das ist natürlich eine tolle Geschichte. Ich habe... Es ist ganz schwer zu sagen, aber ich merke schon auch, dass... Also mein Papa hatte mir mal einmal aus so einem USA-Urlaub irgendein T-Shirt mitgebracht. Das war wirklich nichts Besonderes. Das habe ich auch gehütet wie ein Schatz, weil ich mich so darüber gefreut hatte. Dass ich sowas bekommen habe. Und ja, also ich glaube, selbst wenn man so eine Postkarte verschickt, macht man eigentlich viel zu selten. Gerade jetzt macht man das eigentlich was ganz gut. Ja, aber man denkt so, ihr habt doch alle auf Instagram-Story gesehen, wie es so war. Ja, aber eigentlich... Man ist gar nicht mehr so mit Andenken, Karte schreiben und sowas, weil das eigentlich so geil ist. Eigentlich ist es total schön, ja. Also eigentlich musste man das viel mehr machen und es ist... Also keine Ahnung, als ich in L.A. war oder so, dann habe ich schon auch meiner Freundin was mitgebracht, weil ich irgendwie denke, dass es irgendwie trotzdem irgendwie schön ist, wenn man sagt so, guck mal, ich hatte einen schönen Urlaub, ich möchte dich in irgendeiner Form daran teilhaben lassen. Man muss aber auch dazu sagen, ich neige auch dazu, wenn ich merke, ich finde nichts Passendes. Und es nervt mich auch ein bisschen an so Urlauben, dass man so... In Barcelona war ich zum Beispiel mal im Urlaub und du gehst da überall rein und denkst dir so, na, das kannst du auch in der Schaffenburg kaufen. Weil alles so globalisiert ist, alles ist so... Genau, es ist auch ein Vielmann da. Es ist auch ein Vielmann da, ja. Es ist alles so Industrie, Fahrer und alles ist so gleich. Und das ärgert mich total immer. Und dann, wenn ich irgendwann so weit bin, dass ich sage so, ich finde hier nichts Besonderes, dann lasse ich das auch. So, das habe ich schon auch ein bisschen, aber... Habe ich beim Kasper gesehen, gute Lösung Kühlschrankmagnet. Ja, stimmt. Den findet ihr irgendwie überall. Wenn ich sage, ah, das ist clever, das macht Sinn. Fand ich auch gut, ja. Kann man sich eigentlich an jedem Flughafen kaufen und das ist irgendwie lustig. Der Stänger kauft ja immer so Tassen überall, ne? Das ist auch so ein Ding. Ne, das ist ein Ding von meinem Freund, von Conny, der kauft überall eine Tasse bei dem örtlichen Starbucks, aber die Sache ist... Also es gibt so Kollektionen von Lissabon und, also es gibt so, keine Ahnung, City oder World Collections oder wie die heißen, aber die Prämisse ist oder wichtig ist, dass er dort war. Also ich hätte ihm jetzt keine Tasse aus Lissabon mitbringen können von Starbucks, weil er war ja nicht dort. Ich habe dich sogar noch darauf aufmerksam gemacht. Richtig. Aber ich habe gesagt, nein, das gilt nicht, weil er muss hier sein. Ich habe in San Sebastian eine mitgebracht, aber ich habe gesagt, so, ich habe jetzt meine eigene Tassensammlung und die werde ich allerdings mal zu deinen stellen, dass ich weiß, wo sie sind. Das war so mein Kniff. Das ist süß. Hätte ich in Lissabon eigentlich auch machen können, aber da kommt er ja safe nochmal hin. Genau. Und das sind so Sachen, die auch immer funktionieren. Also eine Tasse von dem Ort, wo man wagt. Magnete bringe ich auch immer mit. Und in Lissabon habe ich jetzt gekauft, so eine, also in Lissabon wird, oder in Portugal wird sehr viel mit Fliese gearbeitet. Ja. Ist ja alles irgendwie so mit Fliesen dekoriert und die Häuser, Fassaden und eigentlich alles. Ja. Und da habe ich auf so einem, da war auf so einem Markt, da sind wir auch mal drüber gesteppt, an so einem Straßenverkäufer, der hat so runde Fliesen, die kann man benutzen als, keine Ahnung, Schneidbrett oder als Käsebrett oder als heißer Topfbrett. Auch als Schinkenbrett? Als Schinkenbrett geht auch. Okay. Und das habe ich mitgenommen und von einer Dame selbstgemachte Seife, sowas habe ich mitgebracht, ja. Aber am meisten freue ich mich, wenn mir jemand eine Stange kippt aus und du die Fremde gesehen hast. Beste. Da muss man sagen, da kriegen wir auch immer alle so eine Zigarettenstange noch in die Hand, kredit vom Stänger, und er sagt, kauf die mal für mich. Brauche ich mal einen Strohmann. Ja, ich brauche einen Strohmann. Ich brauche einen Strohmann. Ich denke, ich sage mal, aber du, jetzt ist eine gute Überleitung jetzt von meiner Seite aus, denn jetzt haben wir es ja gerade so ein bisschen geschafft, dass wir Druck auf das Thema Souvenirs aus dem Urlaub mitbringen aufbauen. Und wie lange bist du jetzt in New York und wann fliegst du? Nicht ganz zehn Tage. Und zwar am Donnerstag, dem 9. März steigen wir in Fliege. Am 10. März hat der Conny Geburtstag, der wird ja 40 Jahre alt. Da können ja natürlich alle nochmal ein paar Geburtstagsgrüße da lassen. Und dann bin ich am Samstag darauf wieder da. Das müsste dann 18. 19. Das ist ein Wahnsinn, was du für ein Leben wirst. Kannst du uns einen Gefallen tun und nicht mal Traveller in deine Bio reinschreiben? Das nervt mich. Habe ich das wieder rausgenommen? Ich hatte Travel Addict drinstehen. Moment. Ich muss mal gucken. Nee, DJ, Producer, Podcaster, Studio. Travel Addict muss ich noch reinschreiben. Ich finde, das DJ-Thema ist in den Hintergrund gerückt. Also ich würde Traveler, Podcast-Produzent, Podcaster. Mensch. Mensch. Homo sapiens. Das könnte ich mir gut vorstellen. Wir haben noch zwei Programmpunkte. Wir haben Mareks Deep Dive und Grisys Fußball-Legge. Selbstverständlich. Können wir sofort drüber reden, Marek. Wo bist du die letzte Woche reingedep-divet? Mein letzter Deep Dive war die sogenannte Storybook-Architecture. Du habe ich mich auch ganz viel mit ... Hast du wirklich? Nicht schlecht. Nee. Weil, das ist eine Sache, ich bin da so reingeschlittert. Das müsst ihr mal googeln, müsst ihr euch mal anschauen. Das ist ein Phänomen, das kommt aus Amerika, ich glaube aus den 60ern. Und zwar, das sind so Märchenhäuser, die da rund um Hollywood irgendwie mal kurz im Trend waren. Und die sehen wirklich so non-konform aus, wie man sich ... Also gerade mit Deutschlandbauhaus, Flachdach, hier alles reduziert. Und diese ganze ... Also ich muss mal folgen, dass ... Ich habe keinen Bock mehr auf Minimalismus. Danke. Ich habe keine Lust mehr auf so wenig wie möglich, so abgespeckt. Ey, cool, wenn man so mit einem Teller auskommt. Also ich bin auch so, es muss nicht pro Konsum kaufen, kaufen, kaufen sein. Aber in der Designsprache immer zu sagen, so wenig wie möglich ist das Beste. Ey, da könnt ihr mal euer Maul halten. Das ist so eine Regel von Dieter Rahms, aber ich glaube, der hat noch so sechs andere. Aber es ist immer so, nee, da muss noch was weg. Halt dein Maul, da muss noch was weg. Ihr dummen Wichser. Storybook-Architecture, ne? Ey, da sind so viele kleine Fensterchen und Türmchen und was weiß ich, ne? Und das ist so geil und weird. Ich glaube, das macht so Spaß, da drin zu leben, weil du da mal ein kleines Fensterchen hast. Hier kommt mal Licht rein. Hier hast du irgendwie so ein Buntglasfenster, das mit so Blei gefasst ist und so ein Kram. Und das finde ich total geil. Und da bin ich drüber gekommen, denn bin ich drauf gekommen, ich folge seit bestimmt schon, lass es zehn Jahre sein, so eine Frau aus Amerika, die ich schon immer cool finde. Die schon immer irgendwie einen coolen Job hat, gerade schafft die in Agenturen, betreut so Fotografen. Die hat einen wahnsinnigen Musikgeschmack, die kleidet sich super gut und sie baut jetzt gerade ein Haus um mit ihrem Mann. Und über die bin ich da so drauf gekommen, weil das Haus war irgendwie so ulkig, also es war wie ein normales Ami-Haus. Und dann haben die überall so Podeste reingezogen und kleine Fensterchen und Türen irgendwie abgerundet, so Türdurchgänge und so. Das war irgendwie interessant. Und dann hatten die auf einmal, haben die so eine Dokumentation gezeigt von dem Typen, der deren Haustür macht. Und die Haustür war wirklich so, war ein Schreiner, der wirklich wie so eine Märchentür. Also wie wenn du dir vorstellst, na wie wohnen denn so Zwerge? Und dann war die so ganz verspielt und hatte überall so Schnitzereien drin. Und die Schnitzereien waren auch so psychedelisch, so wie so Drogen, so Pilze und so Sterne und alles ein bisschen so Grateful Dead-mäßig. War das eine kleine Tür, weil du sagst Zwerge? Nee, 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 ich meine nur, das war eine normale Tür, aber halt so märchenhaft. Deswegen kam ich auf Zwerg. Und dann hatte die auch noch irgendwie einen Türknauf aus Messing und da wurde auch noch was reingeätzt. Und es sah alles so verspielt und doll aus und so albern und kitschig, dass mich das so abgeholt hat. Und über die kam ich dann, weil die irgendwann mal ein Moodboard gepostet haben auf diese Storybook-Architecture. Und das finde ich so krass, weil es so ein Gegensatz ist, zu was man sich so erlernt hat, was schick und cool ist. Und das ist so drüber und so daneben und ich finde, es hat irgendwie eine ganz tolle Qualität, sich das anzuschauen und darüber nachzudenken. Es gibt in Seligenstadt ein so ein Haus, was auch so völlig verrückt aussieht, denke ich mir jedes Mal, wenn ich vorbeifahre. Dass es irgendwie spannend aussieht und ich mag das auch total, wenn so kleine winkelige Sachen überall sind und hier noch ein kleiner komischer Erker und hier sind irgendwie so, ich mag das auch total. Das gibt es so in Gut und in Schlecht, ich glaube, es gibt so ein, es gab früher mal eine Tumblr-Seite, die hat so belgische Architektur gezeigt. Und auch so, die ist auch so mit ganz vielen Türmen und Erkern und Vordächern, aber die sind immer so scheiße, weil die so halt auf neu sind und das funktioniert gar nicht. Es gibt auch in Amerika so eine Bewegung, wo so Villen gebaut werden, die auf einmal, da sind überall Säulen. Du brauchst hier keine Säule, du brauchst doch keinen, noch ein Vordach über den Vordach und sowas. Und das ist irgendwie nochmal eine andere Version, weil es wirklich so, wie aus einem Märchenbuch aussieht. Jetzt hat es euch schon mal passiert, dass ihr irgendwo vorbeigefahren seid und dann habt ihr eine Villa gesehen, aber es war nur gebaut wie eine Villa, eigentlich war das ein kleines Haus. Nee. Also das ist mir neulich… Wir haben einen Minigolfplatz mal vorbeigelaufen und immer so ein komisches. Nee, das ist mir schon oft passiert, dass ich mir dachte, also die haben die Baustoffe gehabt für ein normales Haus, aber haben versucht, es so zu bauen wie eine Villa. Also auch so mit Türmchen und so richtig opulent irgendwie. Weißt du, wo das so war? Ja, wo? Wenn man die Würzburger Straße hochfährt und vor McDonalds, da gab es ganz lang ein Grundstück. Das wurde abgerissen und jetzt sieht man es hinten dran. Genau, da waren so ganz, so riesig hohe Fichten standen da, das war damit so zugewachsen. Und das haben die platt gemacht und auf einmal steht hinten dran ein Haus, es hat so einen Burgturm. Und das ist schon so ein bisschen Storybook-mäßig tatsächlich. Das konnte man übrigens mieten vor gar nicht allzu langer Zeit. Das habe ich mir angeschaut, diesen Burgturm. Aber auf jeden Fall, ich meine noch viel kleiner. Also ich meine wirklich ganz klein. So wie das Haus, in dem der Stänger jetzt wohnt. Ein normal großes Haus, aber flacher gebaut und wie so eine Villa, aber halt in klein. Es sieht total komisch aus. Ich verstehe das nicht. Hat es dann wie einen ganz kleinen Pool oder so ganz wenig Marmor? Also was ist denn der Unterschied von, also was ist eine Villa, die so groß ist wie ein Haus? Also eine Villa ist ja etwas größer als ein Haus, würde ich mal behaupten. Ja. Verstehst du? Okay, alle bleiben cool. Stell dir einfach vor, eine normale Villa, ne? Ja. Und die aber so geschrumpft. Aber nur so ein bisschen. So von 100 auf 70. Okay, also es können trotzdem noch so Menschen drin liegen. Ja! Es ist kein Miniatur oder sowas. Nee, es ist kein Miniatur. Aber so, dass man sich denkt, es ist irgendwie zu klein für das, was es sein soll. Und es ist ganz schwer zu erklären. Aber es ist so, ich habe das schon ganz oft gesehen, dass ich mir so dachte, okay, das soll so eine Villa sein, aber irgendwie ist die kleiner als normale Villa. Ah, da kann ich aber Info reingeben. Das kann eine neue Strömung von Architektur sein, denn es gibt gerade ein Riesenproblem und zwar die ganzen Bauten, so Einfamilienhäuser oder Familienhäuser von früher, die so in den 60ern, 70ern gebaut wurden. Die wurden ja so gebaut mit dem Gedanken, naja, die Kinder wohnen oben drin, in dem einen Abteil wohnen die Großeltern, hier wohnen noch die Eltern drin, die Häuser funktionierten so nicht mehr mit diesem Riesengarten und eine ganze Familie mit mehreren Generationen ist drin, denn alle wollen irgendwie in die Stadt ziehen, haben keine Lust auf dieses Dorfleben und auch die Familie stirbt so weg. Es gibt andere Strukturen, diese ganzen Häuser stehen alle leer und da ziehen auch keine neuen Leute rein, weil die sagen, das ist zu groß, ich kann das gar nicht, was brauche ich mit einem Drei-Stock-Werk-Haus, so funktioniert eine Familie oder ein Leben gar nicht mehr. Deswegen kann ich mir denken, dass diese Mini-Villa, ich finde, das macht Sinn. Es ist wie ein Tiny-Haus, aber nicht Tiny. Aber nicht Tiny. Genau, es ist schon luxuriös. Es ist, aber, ja, es ist, äh, es ist schon luxuriös, aber es ist so, man guckt sich das an und denkt sich so, ja, aber das ist bodenschändig luxuriös. Wie wir. Wie wir. Ich würde noch ganz kurz auf Fußball kommen. Bitte. Gibt es irgendwas, was dich interessiert? Sag mir mal bitte, warum du so einen Respekt vor Uli Hoeneß hast? Na, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einen Respekt vor Uli Hoeneß habe, aber ich, also, du schaust ja zu dem auf. Oh, das würde ich auch nicht sagen. Okay, das auch nicht. Ich meine, aber du bewunderst den ja für ein paar Sachen, die der gemacht hat. Ja. Also, er ist ja schon, also. Das ist eine besondere Person in meinem Leben. Ja, ich würde es nicht Held sagen oder so, oder du hast auch nicht so ein Himmelsgestirn, zu dem du aufschaust, aber, nee, ich meine, ich veralber dich, aber ich weiß, dass, äh, ein paar Sachen hat er für deinen Verein gemacht, die einfach cool waren oder so loyal oder immer so, krass, so hat er sich eingesetzt. Ja, also es ist, äh, es ist natürlich so, dass, ähm, natürlich so ein, ähm, sowas wie die Bundesliga, ne, natürlich lebt es immer durch die Geschichten und durch die Personen, die in diesen Geschichten stattfinden. Also nur so lädt man sowas ja auf, ähm, mit Emotionen irgendwie und allein dafür war Uli Hoeneß schon mal wichtig, weil der ganz viele Jahre lang immer, ähm, so eine Streitfigur war im deutschen Fußball, ne, mittlerweile. Streitfigur heißt was? Ähm, naja, der hat immer, ähm, war der frech? Der war sehr laut, der war sehr laut und war, ähm. Hat er Sachen gemacht, die man nicht verstanden hat? Oh, das würde ich so nicht sagen, aber der hat auf jeden Fall, ähm, äh, der hat auf jeden Fall sich gerne und oft laut in der Öffentlichkeit gestritten und wenn jemand den FC Bayern, äh, sein Projekt, äh, äh, angegriffen hat, dann ist er sehr in die Offensive gegangen. Abteilung Attacke hat sich das genannt und, ähm, dann hat er immer auf allem und jedem rumgeprügelt ähm, und, ähm, und so unter anderem auch mal gesagt, dass, äh, er sich wundert, dass Christoph Daum, äh, denn jetzt der neue Bundestrainer werden soll, weil der doch kokst. Ja. Und dann hat Christoph Daum gesagt, das stimmt überhaupt nicht, ich kokst gar nicht, äh, äh, da können sie von mir aus auch gerne eine Haarprobe von mir nehmen und dann wurde eine Haarprobe von ihm genommen und er kokste. Und, äh, so wurde Christoph Daum kein Bundestrainer und, ähm, das war natürlich, äh, also wirklich, also es war unglaubliche. Und dann war das, äh, nach dem Fall, als man, wie kam auf, dass der gekokst hat? Durch das, die Behauptung von Hoeneß oder? Michi, es ging alles los mit der Behauptung von Uli Hoeneß, ja. Ist ja genial. Ja, ähm, so, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Und ich meine, Uli Hoeneß hat natürlich, es gibt einen tollen Podcast, Elf Leben heißt der, ähm, da wird das Leben von Uli Hoeneß nochmal begleitet und, äh, heute, ich will gar nicht so viel spoilern, aber er hatte natürlich ein bewegendes Leben. Zum einen weiß natürlich wahrscheinlich jeder von euch, dass der mal im Gefängnis saß wegen Steuerhinterziehung. Dann, ähm, ist er mal bei einem Flugzeugunfall nicht ums Leben gekommen. Alle anderen sind ums Leben gekommen. Ähm, der, äh, musste sehr früh, ich glaube, mit 27 seine aktive Fußballerkarriere beenden. Da war der, glaube ich, schon Welt- und Europameister, ähm, was natürlich andere Leute in dem ganzen Leben nicht schaffen und, ähm, hatte schon alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Und, ähm, wurde dann Manager des FC Bayerns und hat immer gesagt, so, an meinem ersten Tag, als ich angefangen habe, gab es den Beruf eigentlich noch gar nicht. Da bin ich nach einer halben Stunde nach Hause gegangen und habe Feierabend gemacht. Und, ähm, hat das dann für sich alles so ein bisschen ergründet, ähm, und, äh, auch, äh, relativ viel dafür getan, dass, ähm, für, naja, Sportmarketing, wie das heute funktioniert hat. Also, das hat er so, ähm, nicht miterfunden. Er hat sich da relativ viel bei den Amis abgeschaut. Ja. Für den Deutschen. Ja, ja, genau. Er hat da relativ viel sich bei den Amis abgeschaut, die da ja schon immer viel weiter waren mit so Marketing-Geschichten und, ähm, hat das alles relativ pragmatisch. Er hat so sehr pragmatische Art immer für sich umgesetzt und, ähm, ja, ist natürlich, was Zitate angeht, unerreicht. Also, äh, unglaubliche Sachen. Sag mal deinen Lieblingszitat. Er hat mal über Lothar Matthäus gesagt, ähm, solange er lebt, wird Lothar, also es ging darum, dass Lothar Matthäus gesagt hat, naja, wenn er beim FC Bayern irgendwie was zu sagen hätte und so. Und, äh, da hat er gesagt, solange ich beim FC Bayern bin, wird Lothar Matthäus nicht mal Greenkeeper in der Allianz Arena. Das ist natürlich schon sehr lustig. Also, der hat schon ein paar gute Sachen gesagt, ähm, oder, äh, als Frank Ribéry an Real Madrid verkauft werden sollte und es gab die unfassbare Offerte für 100 Millionen, hat er gesagt, dafür kriegen sie nicht mal sein linkes Knie. Ähm, das ist schon sehr lustig und, ähm. Ah, das finde ich bold. Ja, aber das, ähm, deswegen habe ich die Frage gestellt, weil das eine Sachen, so Aussagen hat, das finde ich auch halt irgendwie geil. Ja, also er war natürlich immer jemand, der eine große Fresse hatte, der dann aber auch immer geliefert hat, meistens, als es darauf ankam. Das Problem ist, er wird in den letzten Jahren jetzt so immer so ein bisschen tatteriger und, ähm, äh, seine großen Behauptungen und Ansprachen verlaufen manchmal in so einem, äh, in so einer, er ist verpufft so oder es wird, es bewahrheitet sich nicht und vor allem ist er auch sehr proaktiv, was dieses Dubai-Thema anging jetzt, äh, Katar-Thema anging, war der immer so sehr pro und hat gesagt, ja, aber und so weiter und hat da... Aber der wird ja auch den Verein nicht loslassen können. Nee, nee, der ist ja auch irgendwie Ehrenpräsident und das ist, ist auch in Ordnung. Aber, ähm, ja, Uli Hoeneß hat wirklich viel getan, glaube ich mal, für den deutschen Fußballer. Sie sind sich auch alle einig, wenn sie ehrlich sind, einig. Und natürlich auch für die Bayern und, ähm, hat deswegen für immer auch diese, diese besondere Rolle beim FC Bayern. Er hat Höhenstatus, ne? Ja, ja, Höhenstatus, ja, genau. Ja, er ist der, natürlich, er ist der Macher. Er hat aus dem Verein das gemacht, was er heute ist und, ähm, äh, der FC Bayern ist, glaube ich, der größte oder zweitgrößte Verein der Welt. Ich glaube, nach den Mitgliedern der größte Verein der Welt. Und, ähm, das... Erst ist der ADAC. Erst ist der ADAC. Richtig, dann kommen die Musikfreunde Königshofen und ich glaube, dann kommt... Der FC Bayern. Ähm, und was ich auch noch sagen will zum Thema Fußball, weil ich merke, wir sind schon über der Zeit, aber ganz wichtig zu sagen ist natürlich noch, unser Mann Ralf Fährmann. Ja. Unser Ralle. Wisst ihr noch, als wir angefangen haben, über Ralle zu reden... Kuchenralle. Wie ging's dem FC Schalke? Scheiße. Ja. Die waren mitten im Abstiegskampf, die haben keine Bälle gehalten, da ging's drunter und drüber. Seitdem wir über Schalke reden, das ist jetzt kein Witz. King Ralle. Viermal unentschieden gespielt und die letzten zwei Spiele gewonnen. So, und das sage ich vor dem großen... Haben wir deswegen auch unsere Sportwelle verloren? Das kann sein. Darüber wird ihr vor nicht reden. Darüber wird ihr vor nicht reden. Auf jeden Fall... Wir sind trotzdem für einen Ralle. Ja, wir sind trotzdem für einen Ralle und der hat gewonnen. Ich hab auch gesagt, Ralle gewinnt und Ralle hat gewonnen. Und jetzt am Wochenende, es ist natürlich, wenn ihr die Folge jetzt schon hört, ist es schon passiert, das große Derby FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. Und wir sind natürlich für unseren Ralle, für FC Schalke 04, gegen den BVB. Und wir hoffen, Ralle, wir drücken dir die Daumen. Ralle, 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 Ralle. Halt die drei Punkte in Gelsenkirchen. Drei wichtige Punkte für den Abstiegskampf. Es sind 19 Punkte da oben. Ja Mann, Marmorkuchen, Fandakuchen, Spazwelle, Kirschdorte. Ja, richtig. So, wir belohnen dich mit einem wirklich tollen Kuchenbuffet. Wenn du es schaffst, diesmal wieder die drei Punkte für Schalke zu holen, mir würde auch ein Unentschieden reichen. Aber das wäre so wichtig, dass du mal zeigst jetzt, also dass gerade in so einem Spiel, dass in so einem Spiel nochmal gezeigt wird, wir können es schaffen. Selbst Dortmund. Steckt so eine Leidenschaft in dir. Das ist unglaublich. Ja, Spaß. Das ist so unglaublich. Was eine Brandrede. Sieben Spiele in Folge hat der BVB jetzt nicht verloren. Ralle, ich sag dir wie es ist, du kannst es schaffen. Alle sind gescheitert, aber du kannst es schaffen, Ralle. Und das weißt du auch. Neulich ist nämlich mal so ein Ball, ich gucke seitdem immer die Schalke spiele, neulich ist mal so ein Ball durch die Beine gerutscht. Da habe ich kurz gedacht, scheiße, das ist der Moment, wo die Sache einbricht, aber die sind mental so stark. Die sind mental so stark, die haben sich wieder rausgearbeitet. Nicht mehr Tabellenletzter, sind jetzt Tabellenvorletzter. FC Schalke 04, wirklich der Kohlengott aus dem Ruhrpott. Ne, anders, ihr wisst, was ich meine. Jetzt noch einen kleinen Ausblick für das Mumbelchen. Das ist ein Patreon-Exclusive. Heute verraten wir, was unsere Style-Geheimnisse sind. Okay, da bin ich mal gespannt drauf. Ja, dann bis gleich. Warte mal, wollte ich noch irgendwas sagen? Wegen Fußball? Ne, mit Fußball sagen wir jetzt mal nichts mehr. Na doch, eine Sache wollte ich noch sagen. Dann erzähl ich noch was zum Storybook. Eine letzte Sache noch zu Fußball. Und zwar nur zum Thema, wie ich immer das Thema versuche. Unglaublich, ja. Wie ich immer versuche, das Thema immer auf Fußball zu kommen. Frag mal den Stecker, weil wir waren essen mit ihm. Bei ihm zu Hause. Okay, das kann ich noch kurz erzählen. Und zwar, wir waren kurz bevor wir nach Lissabon geflogen sind. Und Dennis und Chris waren in dem Gastro-Betrieb meiner Familie. Und wir saßen am Stammtisch. Da soll da eigentlich keiner mehr kommen. Aber da kam noch ein guter Freund von mir und seine Frau. Und die sind auch nicht auf den Mund gefallen. Und ging gleich mit dem Schnacken los, wo wir hinfliegen. Ja, Lissabon und so. Er findet ja Madeira ganz toll. Madeira war es, ne? Ja. Ja, und hat ein bisschen was über Madeira erzählt. Und Chrissi holt, was sagst du? Und ich sag so, Madeira? Da ist ja Christian Ronaldo geboren. Und mein Vater saß noch nebendran. Der auch seit, keine Ahnung, 100 Jahren Bayern-Fan ist. Und der Bodo ist Gladbach-Fan, glaube ich, war es. Leverkusen. Leverkusen-Fan. Leverkusen. Und dann ging es los am Stammtisch. Und da wurde Fußball geschlagen. Und dann ging es nur noch Fußball. Und ich war so, ja. Viertelstunde Fußball-Talk. Ich meine aber, Stammtisch, irgendwo auf dem Dorf, es sei dir gegönnt, da geht es um Fußball. Und du hast dich einfach sauwohl gefühlt. Das war wirklich krass. Leute. Ciao. In this sense, it's a wrap. Bye. Tschüss. Prosecco-Laune. Mit Chris Nanu und Marek Päuerlein.